Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video und zwar habe ich was Neues für meinen Schreibtisch geschenkt bekommen. Einen lustigen Wackelpanda und der kann was ganz Besonderes, deswegen liegt der gerade, denn der funktioniert mit Solar und jetzt hier im Scheinwerferlicht fängt das kleine Kerlchen doch jetzt jeden Moment, wenn man es mal anstupst. So, da seht ihr es, es wackelt auch schon durch die Verpackung durch. Holen wir den kleinen mal raus, das ganze ist natürlich made in China, passend zu anderen technischen Spielzeugen, soll das ja funktionieren und so, das Ding ist natürlich nur ein Haufen Plastik, keine Batterie, sonst was. Okay, also hier hört schon das Ding scheppert ohne Ende, sieht aber ganz putzig aus. So, und das heißt, wir stellen ihn hin und er wackelt schon von alleine. Jetzt kann ich ihn natürlich nicht schön in die Kamera halten, damit man ihn wackeln sieht, denn sobald es horizontal geht, also äußerst sehr viele schöne kleine Plastikteilchen mit kleinen Pandaschwänzchen. Was das Ding aber nicht hat, ist ein An- und Ausschalter. Das bedeutet, solange es wirklich hell ist, wackelt das Kerlchen die ganze Zeit vor sich hin. Na gut, mal ausprobieren, wie lange es das durchhält. Wenn ich dann möchte, dass es stoppt, wahrscheinlich immer dann ein Post-it-Klebestreifen oder 10 drüber packen und, naja, der wackelt auch trotzdem weiter. Zombie-Panda, naja, okay, ich habe was Neues zum Spielen, ihr habt es gesehen und alle jetzt eine Runde, oh, ich will süß sagen. Macht es gut und, ist da eine Kamera im Auge? Nee, aber sieht schon fast so aus. Naja, gut, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!